Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 464. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei der Herr Marvin. Hallo und grüß. Und der Dennis, formerly known as Duke. Ja, servus, hallo. Das ziehe ich jetzt einfach konsequenterweise durch. So ein bisschen wie hier. Einfach durchziehen. The artist formerly known as Prince. So weit ist es noch nicht. So weit ist es noch nicht. Ja, aber wir arbeiten fleißig weiter dran. Vielleicht wird das ja noch irgendwann. Also wenn Dennis seine ersten Platten rausbringt, dann sagen wir euch Bescheid. Dann müsst ihr die aber auch alle kaufen da draußen, ne? Das ist Bedingung. Alter, ich will das nicht hören. Also keine Ahnung. Du weißt ja gar nicht, was er macht. Vielleicht spielt er ja Mundharmonika oder sowas. Ich sag dir mal eins. Das Einzige, was ich hören will, ist, wenn Dennis singen hören und zwar im Stadion. Ja. Ja. That's pretty much everything. Ja. Finde ich sehr schön, Marvin. Wäre aber auch so ein schönes Ding. Vielleicht kommen wir zu dieser Stadion-Thematik und wann man wen wieder im Stadion singen hören kann, zu einem späteren Zeitpunkt der heutigen Folge. Mal sehen. Jetzt kommen wir aber erstmal ganz traditionell zum Housekeeping und möchten uns ganz wunderbar bei all unseren Unterstützerinnen und Unterstützern, Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Und diese Woche möchten wir stellvertretend hier an dieser Stelle erwähnen, den Pietro, den Thomas und den Danilo. Die haben nämlich kleine, wunderschöne Spenden hier reinlaufen lassen. Und das hilft uns, hier dieses Projekt am Leben zu halten. und vielleicht in ferner Zukunft Gebühren für Fußball im Fernsehen bezahlen zu können. Auch dazu könnten wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt heute noch kommen. Mal sehen. Habe ich mir auch aufgespielt, ja. Genau. Bevor wir dazu kommen, müssen wir aber natürlich, wir waren schon gerade dabei, Fußball im Fernsehen kommen, nämlich Fußball im Fernsehen gespielt von der Eintracht oder vielleicht auch nicht gespielt von der Eintracht. Es begab sich zu einer Zeit am vergangenen Freitagabend, wo die Eintracht spielte zu Hause gegen Bielefeld und am Ende 2-0 verloren hat. Und die spannendste aller Fragen bei diesem Spiel ist, warum, lieber Marvin? Die Eintracht hat verloren, weil sie ihre Chancen nicht genutzt hat. Ich glaube, das kann man so ein bisschen auf den Punkt bringen. Es waren natürlich mehrere Sachen, aber ich glaube, natürlich war die Chancenverwertung ein maßgeblicher Grund dafür, dass die Eintracht es nicht geschafft hat, entweder mit einem oder optimalerweise mit drei Punkten aus diesem Spiel zu gehen. Ich finde, wir haben eine Entwicklung gesehen, darüber können wir ja gleich sprechen im Vergleich zur Hinrunde. Trotzdem, man merkt auch, wenn die Eintracht nicht an ihr Leistungsmaximum kommt, denn das Leistungsmaximum muss auch defensiv abgerufen werden. Und sobald das nicht der Fall ist, wir haben eine Vogelwilde-Inverteidigung zum Teil gesehen, auch die Außen haben nicht gut verteidigt. Das heißt, die Bielefelder haben das ganz geschickt gemacht. Schönen Gruß an diese Stelle, das haben sie wirklich gut gemacht. Und dann sind die Gegentore gefallen und wir hatten unsere Möglichkeiten. Zwei von Lindström, ein oder zwei auch von Boree und die musst du dann halt machen. Und dann sieht die Sache trotzdem ja anders aus. Aber in Kombination wird es dann halt doch ein wenig dicker. Gehst du da mit, Dennis? Voll und ganz, auf jeden Fall. Marvin hat ja eigentlich die richtigen Punkte schon angesprochen. Vorne nicht getroffen, hinten viel zu viel Platz gelassen. Also ja, muss man sagen, verdient dann am Ende eigentlich 2-0 verloren. Ist natürlich schon übel, was du auch da an Chancen hattest. Ich erinnere mich noch, die zwei Dinger von Boree, die natürlich schon auch sehr, ja, Ortega hat okay gehalten. Super gehalten, muss man sagen. Aber das eine Ding war natürlich auch so mittendrauf. Den Fuß, den kann er fast nicht mehr wegziehen. Es ist so dieses Quäntchen Abgeklärtheit, das dir vielleicht auch fehlt, weil du jetzt so ein bisschen nervös wirst. Weil du jetzt auch schon ein paar Spiele dann wieder, ah, es müsste jetzt nochmal und jetzt hast du, du musst gewinnen und vielleicht ist es doch in den Köpfen drin. Ich weiß es nicht. Das Problem, finde ich, hast du aber auch schon angesprochen, Marvin, vorne triffst du nicht und dann kommt auch noch dieses Vogelwilde da hinten dazu. Das ist natürlich eine Kombination, die dir, ich glaube, da hätte es, selbst Bielefeld, die jetzt ja im Aufschwung sind, was weiß ich, wie du, ich weiß gar nicht, ich habe es an euch schon gesagt, fünf Spiele in Folge ja dann nicht verloren. Das ist hier, das ist natürlich dann, da hätte, glaube ich, jeder andere Mannschaft jetzt auch gegen Fürth nicht gut ausgesehen, blöd, blöd gelaufen. Die haben es eiskalt gemacht, ja, nervt auf jeden Fall, es nervt, blöder Zeitpunkt auch wieder und ja, ich hätte gerne den Aufschwung schon jetzt vor dieser Länderspielpause gehabt. Aber gut, jetzt müssen wir eben auf das nächste Spiel Stuttgart dann hoffen. Ja, Innenverteidigung, Hinteregger war ja wieder drin und Endika und Tutor nebendran war vielleicht jetzt rückwirkend betrachtet auch nicht so unbedingt clever, Hinteregger da zu bringen, der ja anscheinend auch nicht so 100 Prozent fit schon ins Spiel gegangen ist und sich ja dann in der Halbzeitpause hat auswechseln lassen und dafür dann Hasebe reinkam. Für mich war das auch tatsächlich eher so der Kritikpunkt als jetzt die Offensive, dass wir halt einfach diese Gegentore gefangen haben, die jetzt ja auch nicht, ich sag mal so, total irgendwie unvorhersehbar waren, sondern hat es ja in der Entstehung der einzelnen Tore, sei es jetzt vollkommen egal, ob das 0-1 oder das 0-2, mehrmals die Chance, die Dinger zu verteidigen. Gerade bei dem 0-1, du hättest, wie du Marvin das richtig gesagt hast, auf der Außenbahn verteidigen können. Da stehen Kostic und Endika, die beide den Spieler in die Mitte passen lassen. Dann hast du den Chandler, der dann da in den Zweikampf geht, aber damit halt auch nur dem Gegner den Ball wieder vor die Füße bringt. Also das war halt schon einfach sehr wenig, aber du hast natürlich auch recht, wenn wir halt vorne wenigstens mal ein oder zwei Dinger gemacht hätten, wäre es vielleicht auch nochmal ein bisschen anders gewesen, aber für mich war die Defensive tatsächlich das größere Thema. Da stimme ich dir auch zu, aber das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, weil wir auch in dieser Saison halt nicht beides bekommen. Also du bist halt, du weißt halt, dass du in dieser Saison eine Offensive hast, die nicht vollends ausgebaut ist. Aber wir können uns natürlich schon einigermaßen darauf verlassen, dass wir mit Evo und Dika, mit einem auch Tutor, der vielleicht bald verlängert, was mich sehr freuen würde, unabhängig davon. Dann haben wir natürlich einen Hasebe in der Hinterhand und einen Martin-Hinteregger. Spieler haben, die so abgeklärt mittlerweile sind, dass ich schon davon ausgehen kann, dass du gegen Bielefeld nicht zwei solch dummer Dinger fängst. Und das ist ja die Stabilität, weil vorne ist ja klar, dass du mit Boree und Lindström oder vielleicht auch mal Holgewieder oder Lammers nicht diese Stabilität hast. Ja klar, du hast in der Abwehr an sich keinen Leistungsträger verloren. Von daher muss man da natürlich auch einen anderen Maßstab anlegen. Ich meine, es hat jeder mal einen guten Tag, es hat auch jeder mal einen schlechten Tag. Das muss man auch so einem Fußballprofi zugestehen. Aber in dem Fall war es ja nicht einer, sondern es war ja ein kollektives Thema. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht könnt ihr mir mal sagen, wie ihr das einschätzt. Marvin, du hast ja schon gesagt, Bielefeld hat das clever gemacht. Ich fand, die haben etwas gemacht, womit sie uns so ein bisschen entnervt haben. Nämlich, dass sie uns konsequent sehr früh und sehr, ich will jetzt nicht sagen aggressiv, aber mit so einem gewissen Maß an Selbstvertrauen angelaufen haben. Und wir uns ähnlich wie ja schon gegen Augsburg, wo man ja auch gesehen hat, man hat uns so ein bisschen vom Niveau heruntergezogen, dass hier auch wieder funktioniert hat. Dass man uns so ein bisschen entnervt hat oder die Mannschaft entnervt hat und so ein bisschen niveautechnisch nach unten gezogen hat. Und da hatte sich Herr Grösche auch schon im Nachgang zum Spiel geäußert und gesagt, dass das eher so ein Mentalitätsthema ist. Aber was machen wir denn jetzt bitte, um das Thema abzustellen? Weil irgendwann müssen wir jetzt langsam auch mal wieder anfangen und Spiele gewinnen. Weil bislang haben wir in der Rückrunde noch kein Spiel gewonnen. Ja, das ist richtig. Und die meisten ja sogar verloren. Nein, aber es ist halt im Endeffekt so, dass es stimmt schon, was du sagst. Dass es im Endeffekt so ist, dass die Spieler der Bielefelder das richtig gut gemacht haben, die wirklich früh drangegangen sind. Und die haben natürlich die Eintrachtspieler auch nervt und haben auch dafür für eine Unsicherheit in der Defensive der Eintracht dann auch gesorgt. Und dann haben sie die Chancen halt auch ausgenutzt, haben enger auf den Schuhen gestanden. Und dann war dann aber auch sogar fast der künstlerische Aspekt. Ich erinnere an das Ding von Wimmer, was dann Schöpf dann verwandelt hat. Das war ja tatsächlich schön ansehnlich. Aber das ist halt so diese Mischung. Und gerade nach dem 2-0 hast du tatsächlich gemerkt, dass die Eintracht auch das Gefühl hat, okay, also 0-1 von mir aus, aber 0-2, das war jetzt aber nicht so ein bisschen der Plan. Also da ist da jetzt irgendwie gerade was merkwürdig. Und dann haben sie es auch nicht mehr geschafft, auch in Mentalität, da nochmal ranzukommen. Und natürlich, wir reden jetzt, bei Mentalität brauchen wir trotzdem nicht, glaube ich, zu viel sprechen, weil ich glaube, dass, ja, irgendwie hat es nicht so gepasst. Aber die Eintracht hatte ja auch danach noch die Chancen. Und für mich ist immer wieder wichtig zu sehen, sie hat diese Chancen gehabt. Und deswegen kann ich nicht von der Mentalität allein sprechen, wenn sie wenigstens noch die Chancen erarbeitet. Das hat in der letzten Konsequenz nicht funktioniert, aber selbige waren ja da. Und da ist für mich halt eher das Problem, dass die im Kopf, zumindest in der Defensive, an diesem Tag nicht wach waren. Und dann war auch folgerichtig, dass beispielsweise jemand wie Hintegger, ob das jetzt Verletzung oder Formtief war, halt ausgewechselt wurde und mit Haseb jemand reinkam, der zumindest an diesem Abend für mehr Sicherheit dann gesorgt hat. Das ist halt, ja, State of the Union momentan. Aber Marvin, du sagst es ja schon so, dieses 2-0 ist für mich bezeichnend, was alles schiefgelaufen ist. Weil natürlich darf dieser Spieler niemals an dieser Position so frei und so viel Zeit haben. Und er sagt ja, im Interview hat er danach noch gesagt gehabt, ach, mit meinem schwachen Linken wollte ich es nicht machen. Und den Schuss, den habe ich schon immer in meinem Training gemacht. Und dann mache ich da so einen Trickshot und dann läuft der andere, dann hat er diese, kann eigentlich frei da durchlaufen und schiebt ihn dann so mit dem Oberkörper rein. Da kriege ich fast das Kotzen, weil das einfach zeigt, wie inkonsequent verteidigt wurde, wie langsam, und das ist genau das, wie langsam die Spieler auch im Kopf waren. Wie viel Platz Bielefeld da gelassen wurde in Situationen, das darf, da darfst du weder Bielefeld und wenn da noch ein Gegner kommt, der noch ein bisschen stärkere Stürme hat, dann knallt das nicht zweimal, dann knallt das noch häufiger. Und das ist eigentlich hier genau der Punkt, an dem man ansetzen muss. Dieses Wachsein, den Leuten wieder schneller auf den Füßen stehen, konsequenter verteidigen, das 1-0 doch genauso. Also Chandler, wenn er da an den Ball kommt, der muss da richtig mit Wucht das Ding irgendwo hindreschen oder meinetwegen auch den Gegner richtig anschießen. Aber dass er dann so ein Päßchen hinspielt, den jeder locker kontrollieren kann, der eigentlich wie ein Doppelpass ja dann zu werten ist, den der Gegner dann auch noch schön verwandelt. Das ist natürlich schon Wahnsinn, darf so nie passieren. Und ja, das nervt mich tierisch, weil es so unnötig ist. Und dann machst du vorne die Chancen nicht, das ist natürlich hier eine Thematik. Jetzt habe ich heute irgendwo gelesen gehabt, Alex Mayer hat sich ja, glaube ich, genötigt gefühlt, da auch noch seinen Kommentar zuzugeben, dass man keinen neuen Stürmer braucht. Weil doch mit Lindström und Boree das Potenzial da wäre und man sich hier keine Sorgen macht, nur weil sie jetzt mal ein paar Mal nicht getroffen haben. Jein. Also ich sage mal so, die Jungs haben es sicherlich drauf. Die Jungs brauchen auch das Selbstbewusstsein und müssen da vorne spielen. Man darf aber jetzt auch nicht alles auf die abwiegeln. Die sind auch erst frisch in der Mannschaft. Die sind noch jung. Das ist jetzt so dieses, ihr müsst jetzt, das wird ja immer mehr zum Müssen. Und sobald die Spieler müssen, finde ich, funktioniert es meistens eh nicht mehr. Deshalb finde ich schon, fände ich toll, wenn wir noch einen hätten, der vorne da ein bisschen für Entlastung sorgen kann. Der einfach vielleicht mit einem guten Gefühl kommt, der sowieso gut getroffen hat, der vielleicht auch noch ein bisschen Qualität noch mehr mit reinbringt. Denn das ist, es ist im Moment so, ich habe hier ein bisschen Angst, dass das zu sehr, Marvin, du hast es glaube ich angesprochen, verkopft, diese Situation immer mehr zum Mentalitätsproblem gemacht wird. Und es dann tatsächlich eintritt und die vorne einfach so das Selbstbewusstsein oder dieses Selbstvertrauen auch verlieren. Und das darf einfach nicht passieren, denn die Qualität ist da. Ja, das hast du gegen Bielefeld nicht abgerufen, musst aber jetzt spätestens in, ja, nach der, du hast glaube ich am Donnerstag glaube ich einen Test, da sollen irgendwie die zweite Reihe gegen Mainz oder was ein bisschen auflaufen. Keine Ahnung, ob uns das vielleicht schon mal so ein bisschen den Kopf freischießen, dem einen oder anderen so ein bisschen freispielen kann. Gegen Stuttgart muss es aber spätestens krachen. Also ich stimme dir da grundsätzlich zu, dass man natürlich handeln könnte in der Sturmposition. Darüber reden wir hier ja auch schon seit Monaten. Es ist natürlich aber auch trotzdem so, dass ich fast sogar glaube, dass dadurch, dass es momentan keine oder kaum Fans im Stadion gibt, dass halt genau dieser Effekt, dieses komplette Verkopf halt weniger stattfindet. Denn du hast eigentlich weniger Reaktionen vom Publikum. Wir haben auch in der letzten Saison gesehen, dass die Phase, in der gar keine Fans waren, tatsächlich eine ganz gute Phase waren für die Eintritt. Also ich glaube, dass das mit Lindström vielleicht gar nicht so schlecht ist, gerade dass halt relativ wenig los ist und dass das nicht so ganz so eintritt, die Frage ist. Aber man könnte es natürlich trotzdem machen, wir reden ja oft darüber, könnte man, wie du gesagt hast, jemanden da auch zur Entlastung holen, damit der Druck da nicht ganz so drauf ist. Ich glaube, Bore muss sich sowieso gar keine Gedanken machen. Das weiß mittlerweile jeder, dass er nicht der komplette Torjäger ist, aber dass er wenigstens auch in Vorbereitung dann sehr, sehr wertvoll ist. Er tut ja recht viel für die Mannschaft, aber zu dieser Position, also zu dieser Möglichkeit von Transfers glaube ich momentan eher nicht mehr daran, weil die Ausrichtung, darüber werden wir ja gleich noch sprechen, wen die Eintracht verpflichtet, was die Eintracht schon tut für den Sommer, lässt mich eher darauf schließen, dass das Geld, was investiert wird, halt alles für den Sommer investiert wird und nicht jetzt noch kurzfristige Moves im Winter gemacht werden. Außerdem haben wir ja eine neue Verpflichtung, das muss man ja auch mal ansprechen, wenn wir schon dabei sind, jetzt noch keine Rolle gespielt gegen Bielefeld, aber zumindest in zwei Wochen mit Sicherheit auf irgendeiner Rolle unterwegs und zwar Ansgar Knauf, der jetzt bei der Frankfurt der Eintracht spielt, der vom BVB kam und auch genau dort auch schon unter Edin Tesic schon gute Outings gehabt hat. Also anderthalb Jahre, bislang noch ohne Kaufoption, aber das könnte sich nochmal ändern und es ist im Endeffekt so, dass derjenige die rechte Schiene dann ein wenig besetzen soll, kann auch links spielen, kann aber auch rechts spielen, eigentlich eher offensiv, aber ich glaube, es soll der nächste rechte Schienenspieler werden, zumindest für ein halbes Jahr in optimaler Art und Weise auch im Duo mit Kostic auf der anderen Seite. Ob das so funktioniert, wissen wir nicht, aber was wir wissen ist, dass natürlich auch die rechte Seite, auch bei dem Spiel gegen Bielefeld, nicht wirklich gut ausgesehen hat. Ne, also sehr gut, ja. Ich finde Chandler nach wie vor einen sehr sympathischen Menschen, aber er wird halt, also man muss natürlich dazu sagen, die rechte Seite hat halt auch immer das Manko oder den von vornherein schon mal irgendwie Handicap, dass egal was da passiert, man die Leute immer an der linken Seite am Vergleich misst und da hast du nun mal einen Kostic und wir haben es ja jetzt am Freitag auch gesehen, Kostic war mit Sicherheit noch nicht total fit und hatte da ja auch mit Brunner permanent einen auf den Füßen stehen und trotzdem hat er gefährliche Aktionen immer mal wieder produziert und ich glaube, von den knapp 40 Franken, die geschlagen worden sind, sind allein über 25 auf die Karte von Kostic gegangen. Da wird natürlich die rechte Seite immer mit ein Stück weit dran gemessen werden, da haben sie alle irgendwie ein bisschen einen Nachteil, auch einen Knauf, weiß ich nicht, ob der da so richtig hinkommt, aber ich glaube, er ist zumindest in der Offensive, ich will jetzt nicht unbedingt begabter sagen, aber das liegt ihm halt eher als jetzt den anderen, die wir da an der Stelle haben. Also einem Durm, einem Chendler, einem Touré, einem Da Costa, da kannst du natürlich auf jeden Fall nochmal mehr reißen, ist halt dann eher wiederum die Frage, inwieweit das dann in der Defensive hilft und ob wir damit dann nicht da die nächste Lücke aufmachen, aber prinzipiell finde ich es erstmal gut, dass man an dieser Stelle jetzt, wie ich finde, eine ganz gute Verpflichtung, Laie getätigt hat. Ich meine, nicht umsonst erwähnen wir dieses Thema, dass die rechte Seite schlecht besetzt ist seit, wenn ich mich richtig erinnere, seit quasi seit Anfang unseres Podcast-Projektes und wir sind jetzt im elften Jahr, also das ist eine lange Zeit, wenn man jetzt tatsächlich da jemanden gefunden hat, wäre das doch wirklich mal schön. Auf jeden Fall. Er kann natürlich nicht den neuen Top-Stürmer wahrscheinlich darstellen, zumindest das, was wir bisher von ihm gesehen haben, aber es ist vielleicht eine Überbrückung, bis im Sommer dann der ein oder andere ja schon sehr weit gediegene Wechsel dann wirklich stattfindet. Müssen wir mal gucken, aber das habe ich heute irgendwo auch nämlich gelesen gehabt, dass er sich sehr, sehr wohl wieder fühlt, dass er sich gut eingliedern kann im Mannschaftstraining, das ist vielleicht dann auch jemand, der uns da ein bisschen weiterhelfen kann. Wie, was haltet ihr denn generell von diesem Knauf, von diesem Konstrukt dieses Wechsels, weil da gab es einerseits, gab es viel Kritik, weil, man hat es richtig angesprochen, so dieses typische, dieses Wechsel ohne Kaufoption momentan ist ja eine Laie. So dieses, ja, der stellt sich jetzt bei euch, er spielt jetzt hier, der hilft euch vielleicht auch ein bisschen weiter, braucht jetzt mal ein halbes Jahr wahrscheinlich, bis er reinkommt. Im nächsten Jahr performt er dann und dann gehört er wieder nicht mehr, oh, ich habe den Dortmund einen tollen Spieler aufgebaut. Das war so die Hauptkritik, die da aufgekommen war. Ich muss sagen, in Corona-Zeiten smarter Deal, weil wenig Geld und trotzdem gute Qualität und es ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass er trotzdem irgendwie eine nachträgliche Kaufoption bekommt. Oder seid ihr auch, seid ihr eher pro, also ich habe es schon an der Reaktion gehört, ihr seid auch eher pro für diese Art von Wechsel, wie das jetzt stattgefunden hat. Also ich glaube, du hast den richtigen Punkt angesprochen. Wir sind nach wie vor noch in dieser Corona-Thematik. Wir wissen alle nicht, wie das mit den Einnahmen der Vereine funktioniert. Also prinzipiell erstmal finde ich den Spieler einen schönen, einen guten Spieler. Ich glaube, dass er uns gerade eine wichtige Lücke schließt, die wir haben, dass da jetzt erstmal keine Kaufoption bekannt ist. Also man muss ja jetzt auch dazu sagen, die ist nicht bekannt. Wir wissen ja nicht, was in diesen Verträgen drinsteht. Die hat ja keiner irgendwie gesehen. Es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwo in Frankfurt am Kiosk ausliegen und man sich die Dinge angucken kann. Also keine Ahnung, was da irgendwie drinsteht. Ich glaube, im Rahmen der Möglichkeiten ist eine Laie da jetzt eine gute Variante. Und selbst wenn der Spieler im nächsten Jahr performt, wir wissen auch alle nicht, wie das bei Dortmund weitergeht, was die im nächsten Sommer irgendwie an Transfers machen. Selbst wenn der Spieler performt, kann doch keiner sagen, ob der in anderthalb Jahren in den Kaderplanungen von Dortmund dann da reinpasst. Da passiert einfach so unwahrscheinlich viel. Von daher würde ich mich da jetzt gar nicht zu einer Prognose hinleiten lassen, sondern die Frage ist, hilft er uns in der aktuellen Situation weiter? Ja, bedient er eine Stelle, wo wir momentan keinen haben? Ja, also warum soll ich mich da nicht drüber freuen? Ja, ich finde es jetzt grundsätzlich auch positiv, denn ich glaube, dass die angespannte Situation auch im finanziellen Bereich durch Corona nicht unerheblich ist. Und überhaupt eine Alternative auf der rechten Seite zu haben, ist, glaube ich, ganz gut. Natürlich könnte man hier im weiteren Sinne dann auch jetzt darüber nachdenken, auf der rechten Seite, das Überangebot der Spieler dann dementsprechend wieder abzubauen. Wie ist die Möglichkeit für Durm? Ist die noch gegeben, noch Einsatzzeiten? Da Costa wurde ja auch öfter mal wieder in Verbindung gebracht mit anderen Vereinen. Kann man also dementsprechend dort was machen? Ist das dann vielleicht sinnvoll, dass man da auch ein bisschen was abbaut? Das muss man abwarten. Aber für die Situation jetzt finde ich es erstmal richtig und was René ja gesagt hat, wenn er sich natürlich jetzt total anbietet und es performt halt krass, jo, dann hast du halt ein Jahr ihn gehabt, du hast ihm das Gehalt bezahlt und kannst ihn dann zwar wieder nicht verkaufen, aber immerhin hast du einen ganz guten Spieler gehabt. Das müssen wir abwarten. Ich glaube, die Situation ist dann doch noch, die wird sich noch ein wenig ergeben. Ich glaube, im Sommer könnte man ja immer noch über, nachträglich noch über eine Kaufoption sprechen. Einfach mal abwarten. Für mich jetzt in der Kurzfristigkeit ist das tatsächlich ein Deal. Ich muss ehrlich sagen, ich bin fast gar nicht mehr davon ausgegangen, dass im Winter überhaupt was passiert. Insofern ist das für mich schon fast positiv. Also ich habe mit allem gerechnet, aber nicht, dass sich auf dieser Position jetzt gerade noch was tut. Weil du es gerade eben richtig gesagt hast, Marvin, da sowieso schon ein gewisses Überangebot herrscht. Hätte ich jetzt eher erwartet, dass da Spiele abgegeben werden und nicht, dass dann unbedingt auch noch einer kommt. Und man muss natürlich auch dazu sagen, in den anderthalb Jahren tritt dieser Spieler natürlich bei uns auch an, um die Mannschaft besser zu machen, um auch gewisse Erfolge im nationalen, vielleicht auch internationalen Wettbewerb einzufahren. Damit generierst du natürlich auch A, wieder Einnahmen und B, auch eine gewisse Aufmerksamkeit, die dann ja auch in künftigen Transferverhandlungen wieder hilft. Also nur weil der Spieler nicht fest verpflichtet ist, heißt es ja nicht, dass wir nicht als Verein da jetzt irgendwie einen Mehrwert rausziehen können. Das ist richtig. Also ich glaube, wir haben das abgehandelt, aber ich will noch mal ganz kurz, weil das Bielefeld-Spiel haben wir noch nicht abgehandelt, oder sind wir da schon durch? Nee, wir haben so einen kurzen Sidestep gemacht. Wir können da noch mal gerne hin. Hast du ein Thema, was du da jetzt ganz konkret im Geiste hast? Na, ich würde vielleicht euch einfach wissen, was ihr denkt, wie das jetzt besser werden kann. Also ich meine, weil Dennis hat es ja jetzt angesprochen, wenn wir jetzt schon bald auf den nächsten Gegner gucken, und das brauchen wir eigentlich heute nicht machen, das können wir dann vielleicht nächste Woche dann in exklusiver Gänze machen. Genau, also Stuttgart haben wir dann in der nächsten Woche. Vielleicht dann auch mit dem endgültigen Kader, mit dem wir dann in die Rückrunde gehen. Da tut sich ja vielleicht dann doch noch mal was, das müssen wir mal abwarten. Also der nächste Dienstag bietet es sich an. Aber seht ihr denn eine relativ einfache Möglichkeit, die Situation auch gerade in der Defensive zu beheben? Und Dennis, wie siehst du das? Würdest du jetzt einfach sagen, ich setze jetzt mehr auf Hasebestand, auf Hinteregger, oder ist das für dich trotzdem kein Thema? Boah, also das Problem ist, dass ich Hinti ja stark gefordert hatte eigentlich für das Spiel und hier so ein bisschen auf die Nase gefallen bin. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass er gegen Augsburg war ja, glaube ich, erst in der 80. Minute oder so eingewechselt worden. Das ist halt für mich total konsequent gut, dass er hier wieder Spielzeit bekommen hat. Gerade weil auch ein Hasebe vorher nicht immer, ja, nicht durchgehend so diese Performance einfach heute zeigen kann, die er, wenn er 100 Prozent bringt, ist Hasebe auch noch hier genial und will ich auf keinen Fall missen. Hätte aber eigentlich Hinti gerne jetzt über längere Zeit hier die Chance gegeben. Nach dem Spiel gegen Bielefeld, muss ich sagen, war eine ganz schöne Unruhe da drin. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob es nur an dem Wechsel lag zur Halbzeit, dass Hinti raus ist und es dadurch stabiler wurde oder generell das Gesamtkonstrukt ein bisschen zusammengestaucht wurde in der Halbzeit und die alle sich ein bisschen besser an die Nase gefasst haben und haben gesagt, okay, jetzt das muss ich machen und wieder zurück zu den Tugenden. Es hat mit Hasebe besser funktioniert. Heißt für mich als logische Konsequenz, Hasebe ist für mich jemand, den ich in Stuttgart, super wichtiges Spiel, wir haben schon darüber gesprochen, von Anfang an spielen lassen würde, um eben diese Stabilität und Ruhe wieder reinzubekommen. Denn irgendwie hat es mit Hinti nicht so gegriffen. Oder seht ihr das anders? Ich glaube, man tut ihm da gerade wenig gefallen, weil ich auch aufgrund seines Instagram-Posts so ein bisschen das Gefühl habe, dass er doch unter der aktuellen Situation mehr, ich weiß nicht, ob man leidet sagen will, aber zumindest mehr damit zu kämpfen hat. Also er ist ja schon immer jemand auch gewesen, der viel auch davon profitiert, wenn Stimmung da ist, was ihn dann auch so ein bisschen pusht und hochzieht. Und er hat natürlich auch immer sehr viel Kontakt zu den Fans und eine gewisse Nähe. Das fehlt natürlich momentan komplett. Dann hast du natürlich auch so ein bisschen das Thema, dass er gesundheitlich angeschlagen ist und dann notgedrungen dann natürlich auch gewisse Rückschritte oder Nachteile dann in gewissen Situationen vielleicht hat. Und er hat natürlich auch die Last des Kapitäns. Und da bin ich auch so rückwirkend, weil ich da auch so verschiedene Gespräche die Woche mir an anderen Podcasts angehört habe, am überlegen, ob man ihm damit so ein bisschen auch einen Gefallen getan hat, ihn da auch stärker in diese Kapitänsrolle mit reinzunehmen, weil er natürlich auch ein Spieler ist, der einfach auch mal so einen unpopulären Move macht. Und wenn du aber als Kapitän da unterwegs bist, dann musst du schon auch mit einer gewissen Frequenz dann auch nach vorne gehen, Vorbild haben. Dann darfst du eben auch im Zweikampf vielleicht mal nicht zu spät sein, musst die Leute da antreiben. Also ich weiß nicht, ob diese Gesamtsituation für ihn gerade da von Vorteil ist. Auf der anderen Seite habe ich dann auch wieder die Aussage von Basti von, ich glaube, letzter Woche war es oder vor, ne, muss letzte Woche gewesen sein im Kopf, dass er da halt auch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, ob er dann nicht dann auch ins Nachdenken kommt und darüber nachdenkt, irgendwie die nächste Station sich rauszusuchen. Also es ist eine extrem schwierige Situation und ich weiß auch nicht, ob es unbedingt jetzt so sinnvoll ist, das in der einen Person festzumachen. Ich wäre momentan auch eher in der Abwehr für Hasebe, weil ich glaube, dass da einfach mehr Stabilität drin ist. Aber die Mannschaft an sich muss irgendwie mehr dieses Selbstvertrauen haben, ähnlich wie es Bielefeld hatte, die ja auch in der zweiten Halbzeit, wo wir dann immer stärker angelaufen sind, trotzdem gesagt haben, nee, wir ziehen unser Thema durch, komme was wolle, wir verteidigen weiterhin auf unsere Art und Weise, wir laufen weiterhin aggressiv an und dieses Selbstvertrauen fehlt uns da, glaube ich, gerade so ein bisschen. Da hoffe ich jetzt einfach drauf, dass wir jetzt diese Länderspielpause nutzen, weil wir ja doch sehr wenige haben, die jetzt irgendwo auf Länderspielreisen gehen und wir eine relativ vorhandene Mannschaft haben, plus die Rückkehrer und mit den knapp zwei Wochen sogar mehr Zeit haben als in der Winterpause, dass das der Mannschaft und dem Trainer hilft, da dieses Selbstvertrauen und diese Stabilität zu bekommen. Wie siehst du das, Marvin? Ja, ich würde trotzdem bei, wenn er fit ist und darauf Bock hat, würde ich, glaube ich, trotzdem bei Hinteregger bleiben. Ja, also das ist, also ich glaube, wenn, weil es kann nicht sein, das war halt immer bei einem doch sehr älteren Genossen wie Arse belanden, das muss jetzt auch mal durchgezogen werden, sofern Hinteregger sich wohlfühlt. Wenn er sich nicht wohlfühlt, wenn er gerade, ne, wie gesagt, das ist er in seinem Post angesprochen, dann ist das vollkommen in Ordnung, aber wenn er bereit ist, dann muss er auch so ein Spielgespiel jetzt mal durchstehen. Ich glaube trotzdem, unter dem Strich, glaube ich, dass Glasner, also dass Hinteregger nicht der Lieblingsspieler von Glasner ist, also allein vom Spielerischen her. Ich glaube, Zwischendurch verstehen die supergut, das ist alles easy. Ich glaube aber, dass vom Spielertyp her Hinteregger nicht so der wunderbarste Spieler für Glasner ist. Aber trotzdem, man muss mit dem arbeiten, was man hat, würde ich trotzdem sagen, Hinteregger, der wird auch wieder seine Form bekommen und dann wird es halt auch wichtig. Also insofern, ich gehe damit und dann müssen wir mal gucken. Trotzdem bleibt ein bisschen das Gefühl. Würdest du dann eher eine Reihe weiter vorne wechseln? Also ich sage jetzt mal Jarkic dafür, für beispielsweise Rode rein, um eventuell da ein bisschen nach hinten mehr arbeiten zu lassen? Oder würdest du ein Lenz eher wieder in der Position? Würdest du generell Dreier-zur-Viererkette eher wieder versuchen? Oder bist du eher für, bleiben wir bei dem, was wir haben? Es bleibt eigentlich von der Mannschaft und vom System her gleich. Hinteregger soll spielen und auch vorne, ob dann ein Rode oder Jarkic spielt, spielt eigentlich keine Rolle, weil beide ja, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt Hinteregger auch den Job abnehmen können da hinten. Ich glaube, es kommt auf die Form drauf an, je nachdem, wer dann auch sich fitter fühlt. Ich glaube, Rode und Jarkic sind beide Spieler, die auf jeden Fall spielen könnten. Ich würde übrigens am System wirklich nichts ändern. Und dann finde ich aber schon, dass auch ein Jarkic bald mal wieder rein muss. Aber ich glaube, die genaue Aufstellung werden wir dann einfach mal nächste Woche machen, wenn wir dann sehen, wer fit ist. Aber ich würde grundsätzlich nichts umstellen. Aber dann sehen wir, das ist absurde. Die Eintracht hat wirklich wesentlich mehr Torschossen gehabt, war mit 18 Torschossen weitaus, versuchte eigentlich wirklich Tore auch zu erzielen gegen Bielefeld. Das hat alles insgesamt nicht geklappt. Selbst auch die Zweikampfquote war sogar positiv. Also wir sehen, eigentlich gibt es zumindest von dem Hinspiel deutliche Dinge, wo man sagt, das ist besser gelaufen. Deswegen bin ich weit davon entfernt, das alles kaputt zu reden. Aber am Ende, René hat es ja schon gesagt, steht die magere Punkteausbeute und die muss dann nach der Pause besser werden. Da bin ich durchaus positiv gestimmt, was das Thema angeht. So, dann lasst uns da vielleicht nochmal auf das Transferthema kommen. Ansgar Knauf haben wir ja schon angesprochen. Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, was tut sich vielleicht jetzt noch und was wird davon wirksam im Winter und was davon im Sommer? Laut aktuellen Meldungen von Fußballtransfer tun sich zumindest gerade zwei Dinge. Zum einen, den Namen hatten wir ja vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen schon mal erwähnt. Smolcic, Vorname spreche ich nach wie vor immer noch nicht aus, ist ja ein Kandidat für die Innenverteidigung, ein weiterer Innenverteidiger oder vielleicht ein Ersatz für einen im Sommer abgänglichen Innenverteidiger, soll nach den Informationen von Fußballtransfer, die den Medizincheck bestanden haben. Und da ist ja die ganz große Frage, wann wechselt er? Also das scheint tatsächlich ja in dieser ganzen Thematik noch so ein ungeklärtes Pünktchen zu sein. Wechselt er jetzt schon im Winter oder wechselt er im Sommer? Und demnach dann entsprechend auch die Frage, wie hoch ist dann vielleicht die Ablöse? Marvin, hast du da genauere Infos oder hat dir da ein Vögelchen was gezwitschert? Also die Ablöse wird sich wahrscheinlich so um zwei Millionen plus Boni belaufen. Also das ist so, was man so hört. Also diese Roundabout zwei Millionen kann ein bisschen mehr werden, wenn es sehr gut läuft bei der Eintracht. Aber das finde ich einen absolut preislich guten, gutes Niveau. 21 Jahre, wie gesagt, hat er auch einige Spieler bei Rijeka jetzt auch schon gemacht. Das ist wirklich ein gutes Talent. Und Hrvoyer Smolic wird auf jeden Fall jemand sein, der aber wahrscheinlich jemanden ersetzt. Ich glaube, eher im Sommer. Ich kann mir nicht hundertprozentig vorstellen, dass es jetzt so sinnvoll ist, jetzt im Winter zwingend was zu machen. Weil, also ich meine natürlich, klar, er kann das halbe Jahr jetzt noch mitlaufen und kann sich langsam dran gewöhnen. Das ist auch vollkommen kein Problem. Würde aber jetzt nicht für akute Einsatzzeiten gerade sprechen. Weil ich glaube, in der Innenverteidigung passiert jetzt im Winter nichts mehr. Da ist es tatsächlich so, wie du es angedeutet hast. Ich gehe persönlich von Dika aus, der wahrscheinlich das größte Asset ist. Der dann wahrscheinlich von der Eintracht dann weggewechselt. Und dann ist er einer der potenziellen Nachfolger. Aber wie gesagt, zwei Millionen plus Boni geht er eher von Sommer aus. Wenn Winter, dann ist er dann halt eher als Aufbauspieler dann gedacht für den Sommer. Genau. Aber das ist ja auch gar nicht der Einzige. Also wir haben das angesprochen. Wir merken das, was ich vorhin angedeutet habe. Die Eintracht plant halt jetzt lange vor. Also sie macht im Winter die Schritte, die sie dann für den Sommer dann finalisieren will. Beziehungsweise mit denen sie starten will. Mit Colomuani, Randall Colomuani haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Immer wieder hier. Da wird es auch so laufen, wenn alles gut geht. Dass er diese Woche noch den Medizincheck macht. Und dann dementsprechenden Vertrag aber eher für Sommer unterschreibt. Weil er dann aber ja auch ablösefrei ist. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir hatten ja die Corona-Thematik gerade schon angesprochen. Das weiß keiner so richtig, wie viel Geld wo irgendwo vorhanden ist. Und klassischerweise wäre wahrscheinlich Colomuani eher auch so ein Spieler, der schon in der vergangenen Sommerperiode irgendwo hingewechselt wäre, wenn denn Vereine die entsprechende Kohle gehabt hätten. Ich befürchte auch, und das scheint ja auch so ein bisschen die Einschätzung von auch anderen Fußballexperten zu sein, dass da im Sommer mehrere Transfers stattfinden werden, die dann in diese Kategorie ablösefrei, aber mit Handgeld fallen. Also das wird ein ganz spannender Transfersommer werden. Es wird auf jeden Fall ein spannender Transfersommer. Aber für uns ist es gut, wenn ein Kröscher jetzt genau diese Arbeit schon macht und wir dann im Sommer weniger... Also wir werden im Sommer einen größeren Umbruch haben. Davon gehe ich leider aus. Je nachdem, wo wir landen, fällt er entweder größer oder kleiner aus. Aber mit Mohani wäre das natürlich eine super Verpflichtung. Über Jakic können wir auch nochmal sprechen. Bei dem sieht es aktuell so aus, wenn alles gut läuft, dass er die nächsten Tage seinen Vertrag bei der Eintracht wirklich auch... Also, dass die Eintracht ihn kauft. Fest unterschreibt. Genau, für 3,5 Millionen, das ist momentan so das Gerücht. Bis 2026, das wäre ebenfalls gut. Also wir sehen, da kommt wirklich ein bisschen Bewegung rein. Mal schauen, was da noch geht. Es gibt ja auch auf der Abgabenseite vielleicht das ein oder andere Parkhoch, der jetzt beim Afrika Cup zuletzt war. Und da gibt es Angebote, glaube ich, aus Italien. Denn Paciencia scheint jetzt sogar im Winter noch irgendwie, ja, vielleicht woanders andocken zu können. Da wird er bei einem spanischen Klub, ich glaube, das dürfte Granada sein, in Verbindung gebracht. Also es kann noch was passieren. Da war ja auch so ein bisschen die Frage bei Paciencia und den Spaniern, was jetzt so ablösetechnisch ist. Da scheint man sich ja noch nicht so ganz übereingekommen zu sein. Aber da war ja das Gerücht letzte Woche schon, dass da Verhandlungen stattfinden. Und er hat ja auch relativ deutlich gesagt, dass er da eigentlich gerne den Schritt machen würde und nochmal woanders da sich versuchen wollen würde. Ja, das Problem ist halt, du wirst kein Geld für ihn bekommen. Da gehe ich nicht von aus. Weil, also keiner der Vereine, die bei Paciencia irgendwo dran sind, haben jetzt großartig viel Geld. Und wenn sie sein Gehalt einigermaßen finanzieren können, dann ist das alles. Und das heißt, wir werden dann maximal ein Halbjahresgehalt oder beziehungsweise das Gehalt, ich meine, sein Vertrag wurde ja vor einigen Jahren schon verlängert, aber da ist ja noch Gültigkeit. Wir würden das halt einsparen. Und das kann vielleicht auch eine Rechnung sein. Aber das heißt dann so, dass es natürlich schwierig ist. Weil wenn du ein Patient hier abgibst, was durchaus im Bereich des Möglichen ist und auch gar nicht so unwahrscheinlich, dann heißt es aber auch, dass dir ein Stürmer fehlt da vorne in der weitere Option. Ich wollte es gerade sagen, Marvin. Ja, da war ich jetzt auch gerade gedanklich. Also wenn wir dann denken, wir haben jetzt zwei starke Außen mit einem Kostic und mit einem Knauf, wovon wir von mindestens einem wissen, dass so das beliebteste aller Mittel die Flanke ist. Und Patientia ist von den Stürmern, die wir haben oder die wir in diese Kategorie Stürmer packen, schon der, der für mich dann auch am ehesten so der Abnehmer ist, was so Flanken angeht. Also ein Boree ist es definitiv nicht. Ein Heuge weiß ich nicht. Lammers ist ja, glaube ich, sowieso keiner mehr, den wir da allzu oft sehen werden. Dann hast du halt nix. Also Ache auch nicht. Dann für unser beliebtes Flankenmittel haben wir dann keinen Abnehmer. Also genau, du würdest halt extrem mit Variablen spielen, die das, kann gelingen. Es kann auch sein, dass dann einige Spiele halt irgendwie einen Progress machen, wo du sagst, okay, das ist doch klasse. Aber das ist halt nicht selbstverständlich. Und da ist, also ich kann nachvollziehen, wenn die Eintracht den Schritt macht, weil sie die Möglichkeit sieht, ihn jetzt sogar noch zu veräußern. Und auch er noch die Chance hat, schnell wieder irgendwie ins Spielen reinzukommen, weil ich bleibe dabei, Patientia ist kein schlechtes Spieler. Er passt halt nicht so wirklich gut ins System von Glasner. Nee, also der wird keinen Startelf-Einsatz bekommen, sondern der wird halt dann eher, wenn es halt zur Situation passt, dann eingewechselt werden. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so sein Traum, den er da jetzt unbedingt hat, wenn es um das Thema Fußball geht. Also da passen natürlich einige Dinge zusammen. Und ich verstehe den Punkt schon, zu sagen, wir sparen eine Menge Gehalt ein, was uns ja in dieser, wir haben es ja jetzt schon mehrmals erwähnt, unklaren Situation auch hilft. Aber ob uns das dann halt eben spielerisch passt, das ist dann auch wieder so die Frage. Ich glaube, die hattet ihr ja die Woche auch bei Fußball 2000 schon angerissen. Was ist denn das Ziel der Eintracht? Also was möchte man am Ende erreichen? Sagt man Platz 9 oder 10 ist fein für uns, angemessen an den Rahmenbedingungen, dann okay. Sagt man, okay, aber international muss es schon sein. Dann brauchst du da, glaube ich, schon noch ein paar mehr Optionen. Und dann ist es vielleicht doch eher auch nochmal in den Invest zu gehen. Das ist so ein bisschen, damit steht und fällt für mich so die nächsten Schritte, die man dann da gehen muss. Ja, genau. Also man muss doch wirklich sagen, mit Patienz, ja, das finde ich, wäre wieder so eine fatale Situation. Du gibst jetzt noch jemanden, der zumindest nah auch an der Mannschaft ist. Ich würde es jetzt verstehen, wenn man sagen würde, ein Durm, der, glaube ich, unglaublich viel, weil er auch ablösefrei damals kam, unglaublich viel Gehalt verdient auch. Der ist Weltmeister. Ja, das Weltmeister, genau. Das ist auf jeden Fall ein Titel, den keiner mehr nimmt. Aber da muss man sagen, das sind Spieler, die sind irgendwie auch extrem weit momentan weg von der Mannschaft. Da würde ich noch sagen, unbedingt weg, raus, bringt hier momentan nichts. Aber ein Patienz, ja, du hast es gesehen, er wurde in der 61. Minute eingewechselt beim letzten Spiel, wo es ja wirklich wichtig war, wo jeder gewinnen wollte. Und er hat anscheinend noch einen höheren Stellenwert bei Glasner, als man das vielleicht so auf Anhieb sagt. Ja, das ist jetzt hier, also Nummer eins und zwei ist er nicht, aber also eine gute drei, denke ich, ist er auf jeden Fall noch. Und hier muss man einfach aufpassen, finde ich, sich da nicht noch eine Option zu nehmen. Also mit Gehalt, du sparst zwar ein bisschen Gehalt, aber wenn du jetzt einen neu verpflichtest, musst du ja auch das Geld, und der muss dann auch erstmal wieder die Qualität von dem Patienz ja haben, muss sich reinfühlen. Wir wissen alle, wie es wichtig ist, dass er auch die Mannschaft kennt, das System kennt. Es sind manche, die brauchen ein halbes Jahr, bis sie überhaupt mal überhaupt wissen, wo das Tor steht. Das würde ich jetzt Patienz ja so weit gar nicht absprechen. Deshalb, das würde schon meiner Meinung nach wehtun, wenn es sein muss, ja, dann ist es so. Dann, wenn das wirklich hier notwendig ist, weil wir unbedingt dieses Geld sparen müssen. Aber ich glaube dann, da sparen wir uns dann wirklich langsam dann auch irgendwann kaputt. Also das ist für mich ein bisschen zu krass. Aber wir werden sehen. Das ist ja zum Glück noch nichts eindeutig. Und dass ich hier mich mal so einsetze dafür, dass ein Patienz ja bleibt, hätte ich auch nie gedacht. Aber es ist momentan, da merkt man einfach, wie schwierig diese Situation ist, dass über solche Transfers eigentlich nachgedacht werden muss. Ja, schwierig, 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 schwierig. Transferfenster ist noch offen bis Montag. Genau, bis 31. Montag, das heißt so 18 Uhr schätze ich mal. Dementsprechend sind wir dann auch mit Fußball 2000 und Redline-Datern unterwegs. Wer jetzt auch schon früher gewechselt ist, ist natürlich, ihr werdet es alle mitbekommen haben. Ich bin auch sehr froh, dass das jetzt passiert ist mit Armin Younes, der jetzt den Verein gewechselt hat. Jetzt endgültig, Vertrag wurde ja erst aufgelöst und jetzt hat er sich El Etifak angeschlossen. Ja, alles Gute dahingehend. Schade, dass es nicht alles so gut lief. Aber jetzt ist der Käse auch gegessen. Auch, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Gehen auch der Eintracht ein paar Möglichkeiten mehr in Erfüllung, glaube ich, aus finanzieller Hinsicht. Wer wird nicht viel Geld verdient haben. Also, das hat man immer gehört, dass er da sehr, sehr moderat war, was ich ihm auch immer noch anrechne. Was aber halt problematisch ist, wenn du halt trotzdem gar nicht kickst. Also, mal gucken. Ich glaube, auch stimmungstechnisch war das ein notwendiger Schritt. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Finanziell ist das eine, aber du musst natürlich auch immer irgendwie gucken, dass das dann so zum Gesamtgefüge passt. Und dass das immer noch so als ungeklärtes Ding im Raum stand, hat uns ja schon genervt. Ich glaube, die Spieler, die ja an diesen Diskussionen irgendwie näher dran sind, sogar noch als wir, wird das noch mindestens mehr genervt haben. Genau. Von daher auf jeden Fall wichtig, dass das Thema durch war. Ja, also, vielleicht noch einmal kurz. Montag, Transferfenster Ende, so Richtung 18 Uhr. Fußball 2000 wieder unterwegs mit einer Redline Day Live-Sendung. Ab 17 Uhr, 17.30 Uhr. Was ist der Plan? 17.30 Uhr auf jeden Fall. Okay. Also, wie immer, einschalten auf den bekannten YouTube-Kanälen. Sollen wir eine Prognose abgeben, wie oft Basti das Wort Stürmer erwähnt? Wir können da nichts reinschneiden. Also, unser Stürmer-Best-Off muss er wieder laut sagen oder, ja, keine Ahnung, ich glaube, bestimmt viermal. Ja, ich tippe eher so auf 14mal. Okay. Oh, da sortiere ich mich in der Mitte an. Also, zweistellig wird es aber 10, 10, 10. Wir werden sehen. Gut, wir werden dann Dienstag gucken. Ich versuche mitzuzählen. So, was hat sich sonst noch Aktuelles getan? Dann Hauge und Lenz sind wieder zurück im Mannschaftstraining. Dennis hat es ja schon erwähnt. Wir haben wieder ein bisschen mehr Optionen. Das ist doch schon mal gut, dass dann da vielleicht auch die ein oder andere Option noch reinkommt. Und dass die beiden da sich so langsam wieder an die Mannschaft herankämpfen. Und ansonsten sind ja jetzt auf Länderspielreise die Herren Rustic, Boree und Barkok. Was mich gewundert hat, ist, dass Kamada nicht unterwegs ist. Aber ich bin auch irgendwie ganz froh, dass das dann doch jetzt nur die Dreie sind und man da ein bisschen noch dran arbeiten kann an Mannschaftsthemen. Ja, sehr gut. Ja, jede Reise ist hier nur Gefahr. Ja, zur Wahl halt auch einfach wieder lange, lange reisen und die Leute da einfach auch wieder viel unterwegs sind. Auf jeden Fall. Ja. Ja, und dann ganz aktuell die Frage nach Zuschauer im Stadion. Wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass wir hatten es, glaube ich, für ihn auch erwähnt, dass wir über Bielefeld gesprochen haben. Tausend Zuschauer waren jetzt am Wochenende oder am Freitag zugelassen in Frankfurt. Die Tickets sind ja entsprechend verlost worden. Und dann war gestern, glaube ich, Bundesministerpräsidentenkonferenz. Das war das, was ich wollte. Bund-Länder-Konferenz kann man auch sagen, genau. Da ist ja auch das Thema nochmal hochgekommen und da sagte man eigentlich so, ja, nee, wir bleiben bei den Geisterspielen auf unbestimmte Zeit. Und dann las man vorhin so gute anderthalb, zwei Stunden vor unserer Aufnahme auf einmal die Aussage, dass der FC Bayern wieder vor 10.000 Zuschauern in nächster Zeit spielen darf. Und man sich in München nicht mehr an Geisterspielregelungen hält, sondern sagt, bis zu 25 Prozent der Kapazitäten können genutzt werden. Und es gibt eben entsprechende Vorgaben wie 2G-Regel geboostert, FFP2-Masken etc. Aber immerhin 10.000 im Stadion, das ist schon mal eine andere Nummer in Hessen. Und damit für die Eintracht tut sich an der Stelle nichts. Wettbewerbsverzerrung? Ja, nein, vielleicht. Das ist die spannende Frage. Herr Marvin. Das ist eine gute Frage. Also Wettbewerbsverzerrung, ich weiß nicht, ob es so weit geht. Wir haben das ja letzte Saison auch einigermaßen gut im Grunde hinbekommen. Aber es ist natürlich schon sehr ärgerlich. Ich finde, diese Diskussion wird gerade sehr polarisiert geführt und auch mit einigen Unklarheiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, draußen, da gibt es immer noch ein paar Möglichkeiten, ein paar mehr Möglichkeiten. Und warum drinnen sehr viele stattfindet und dementsprechend draußen in vielen Stadien immer noch nicht, erschließe ich mir nicht ganz. Da gibt es auch einen ganz guten Tagesschauartikel dazu. Ich muss schon sagen, ich glaube, es wäre schon ganz gut gewesen, hätte man sich einigen können, dass dann die Bayern jetzt wieder, beziehungsweise unter Söder, dann halt einfach vorpreschen. Das ist auch klar. Ich glaube, man muss jetzt langsam mal dazukommen, sich irgendwas Neues auszudenken. Also es kann auf Dauer nicht so weitergehen, weil wir auch neue Konzepte brauchen. Also ich meine, wir sehen in England mittlerweile, da ist eh alles egal. Das ist ja auch, keine Ahnung, das ist halt eine Philosophie. Das will ich ja nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist, aber es ist eine Philosophie, wo du sagst, du machst das. Natürlich wissen wir auch um Missstände. Wir wissen hier beispielsweise Schulen, wie schlimm das gehandhabt wird. Oder auch in Kitas, wo viele Ausfallzeiten sind. Also die Schüler und die Lehrer, die bekommen es gerade alle, Lehrer und Lehrerinnen bekommen es gerade alle ab. Das ist klar. Es ist aber trotzdem so, dass es hier um einen Freizeitsport geht, der draußen stattfindet. Und dann sollte vielleicht eine Abwägung stattfinden, die mit mehr rationalen Gedanken gefüttert ist und nicht nur mit einer Polarisierung zu wägen. Ja, aber mein Kind kann nicht in die Kita. Ja, das ist richtig, aber ich weiß nicht, die Kita ist ja auch nicht draußen, sondern auch drinnen. Also man muss irgendwie abwägen. Und ich finde schon, dass man hier mehr hätte zulassen dürfen, als in Deutschland bzw. in Hessen sind es halt 1.000. Ich glaube, da hätte man sich andere Lösungen überlegen können. Ich glaube, es wird immer mehr Länder geben, die sich nicht mehr daran halten. Ja, da gehe ich auch fest von aus. Ich hatte auch, was mich ein bisschen gewundert hatte, vorab mehrere Medien verfolgt gehabt, die berichtet hatten, dass eigentlich ein Volker Bouffier auch sich für diese 25 Prozent ausgesprochen hatte. Ja, keine Ahnung, ob wir bis zum, es sind ja jetzt noch zwei Wochen, ob wir bis dahin noch eine Entwicklung sehen und vielleicht dann auch bei uns in Frankfurt die 10.000 dann zumindest ins Stadion dürfen. Keine Ahnung. Also würde ich mir auch wünschen, gerade für den Verein ist es natürlich schon so was, was wichtig ist. Wir haben ja schon drüber gesprochen, Einnahmen, die wegfallen etc. Und ja, also es ist momentan wieder so das Typische, die eine Hand weiß nicht, was die andere macht. Der eine entscheidet so, der andere macht so, nervt auf jeden Fall, ist für niemanden nachvollziehbar und hoffen wir einfach mal, dass es nicht zu der befürchteten Wettbewerbsverzerrung kommt. René, was du schon angesprochen hast, weil das wäre dann noch die Kirsche auf der Torte sozusagen. Also es gibt halt, weil ich meine, die Wettbewerbsverzerrung hast du natürlich gerade auf dem Platz selbst. Aber das ist eine Wettbewerbsverzerrung, die jeder eingeht, jeder Verein, in dem es halt jetzt gerade sehr, sehr viele Corona-Krankenfälle gibt bei Fußballvereinen. Das wird noch häufiger gehen, wenn die jetzt wieder unterwegs sind. Passiert das noch häufiger? Ja, also das heißt, es ist ja eigentlich besser, je größer dein Kader ist, desto besser bist du dann gewappnet. Aber du wirst es immer wieder haben. Wir haben das jetzt natürlich auch bei den Indoor-Handballern dann gesehen. Indoor, ihr wisst, ist ja immer, aber die Nationalmannschaft hat ja sehr, sehr viele zu verzeichnen gehabt. Jetzt ist es draußen vielleicht ein bisschen anders. Und gerade bei Fans ist es trotzdem einfach nochmal eine andere Kategorie. Und da muss ich sagen, wir müssen auch irgendwann auch dazu hinkommen, zu sagen, aber auch diese Quoten, diese 10.000, dies, das. Irgendwann musst du jetzt auch mal dazu sagen, wir brauchen jetzt ein Konzept, das sich bewährt und wo wir dann auch wieder Richtung Vollauslastung irgendwann gehen. Dass das gerade aktuell vielleicht nicht der Fall ist, aufgrund der Höhe der Zahlen, das ist ganz klar. Aber Perspektiven entwickeln ist jetzt auch wichtig, weil wir können der ganzen Sache nicht ewig davon rennen. Und ja, das vermisse ich gerade, weil auch bei aller Kritik und ich merke, dass gerade die Bundesliga und auch aller Fußball generell auf diesem Niveau ja doch ein relativ verlottertes Geschäft zum großen Teil auch ist. Natürlich ist es alles finanzielle Interessen. Aber man muss auch sagen, dass das Konzept, was die hatten, in dieser Art und Weise, wie es ausgeführt wurde, wenn es zur Ausführung kam, ja durchaus gut war und sehr wenige Corona-Fälle produziert hat, die rekordet wurden. Das darf man nicht außer Betracht lassen. Ja, ist eigentlich in der jetzigen Situation wesentlich mehr und da ist ja von dem Konzept nicht wirklich viel übrig. Ja, weil es gibt halt, ich meine, die Sache ist halt die und das ist natürlich, weißt du, es kommt immer auf die Perspektive drauf an. Wenn ich aus der Perspektive einer Kita oder einer Lehrerin spreche, ist doch klar, dass sie sagt, ja, Alter, wir können hier auf die Idee kommen, das ist natürlich kompletter Wahnsinn und das verstehe ich auch, weißt du. Das verstehe ich komplett. Aber wenn ich dann sehe, beispielsweise, wenn ich jetzt aber die Perspektive eines Fußballfunktionärs einnehme, der natürlich Gewinninteressen hat, ist ja klar, und vielleicht weniger Probleme hat als das Theater, aber im Theater dürfen halt dann gewisse Rahmen mittlerweile, also in einem gewissen Rahmen schon wieder Zuschauer rein, genauso auch in einem Restaurant, das ist vielleicht auch gut so. Es gibt ja verschiedene Studien dazu und ich glaube, wenn du eine Studie dann aber auch machen würdest, ich weiß nicht, die gab es ja schon, das kann ich jetzt nicht zitieren, da ist das Risiko halt draußen im Stadion, wenn du halt die Anfahrtswege sicherst, vielleicht selbst früh anfährst, vielleicht muss man das nochmal entzerren, dass man frühere Einlassslots macht, das wäre immer noch eine Möglichkeit, dann hast du auch da eine relative Sicherheit einfach geschaffen. Und da, das kann man nicht ewig abblocken, gerade in der Welt, in der es halt gerade sowieso auch so ist, dass, keine Ahnung, wir können die Zahl, wir können abwarten, drei Wochen bekommst du sie, vier Wochen bekomme ich sie und so weiter und so fort, das lässt sich halt nicht mehr verhindern, denke ich zumindest, wenn du in der Welt gerade draußen bist, weil es halt krass spreadert. Ja. Ja. Also wird auf jeden Fall spannend zu sein, was ich halt einfach wichtig fände, und das ist so ein bisschen der Punkt, der mich am ehesten zerstört, ist, dass du halt keine Einheitlichkeit da drin hast, das war ja das, was du ganz am Anfang auch gesagt hast, sondern dass du da so ein bisschen, ja, jeder entscheidet so für sich und die einen sind dann vielleicht noch ein bisschen zurückhaltender als die anderen, aber was du halt eigentlich jetzt mal wieder bräuchtest an vielen Stellen, wäre halt einfach eine klare, einheitliche Regelung, damit du auch weißt, was Phase ist und was nicht, weil ansonsten wird es halt auch, also wir können uns auch nicht von Leuten verlangen, sagen, dass sie sich an irgendwelche Regelungen halten, wenn du irgendwie einfach mal zwei Kilometer weiterfährst und komplett andere Regelungen hast. Ja, es ist halt genau das, was du gerade sagst, weil natürlich ist es halt auch ein bisschen absurd und wie gesagt, es kommt immer auf die Perspektive drauf an und ich bin, ihr merkt, wie ich da abwäge, das ist alles gut und schön, aber wenn ich auf der anderen Seite beispielsweise halt auch sehe, ja, die Fans sind nicht im Stadion, gehen aber in die Eckkneipe nebenan, und das ist dann drin, da entsteht ein Missverhältnis, was man mir auch logisch in einer gewissen Art und Weise kaum noch näher bringen kann. Und hier eine gewisse Logik wieder mit reinzubringen, um es begründbarer zu machen für eine große Anzahl an Menschen, das sollte im Sinne eines jeden Erfinders sein. Und ich glaube, das ist halt das Problem. Ja. Um das Thema aber positiv zu beenden, hoffen wir mal, dass wir am 12.02. beim Heimspiel gegen Wolfsburg dann ein paar mehr Zuschauer haben als gegen... Ist auf jeden Fall möglich. Wäre auf jeden Fall auch mal, wie Marvin gesagt hat, um da Konzept zu haben und auch mal so ein bisschen Weg nach draußen zu zeigen, glaube ich ganz gut. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten und zu gegebener Zeit hier wieder thematisieren. So. Und für alle die, die jetzt noch nicht irgendwie rausgehen können, dies, das, haben wir auf jeden Fall eine Fernsehempfehlung. Wir hatten sie schon mal und wir wollen sie an dieser Stelle noch mal erwähnen und am besten macht es der liebe Marvin, der hatte das nämlich hier auch schon aufgeschrieben. Oh yes, genau. Und zwar ab 27. Das ist der Donnerstag? Einen Donnerstag. Du hast vollkommen recht. Vielen Dank, dass du es nochmal erwähnst. Das ist eine Doku über Sony. Den kennen viele Fußball- und Eintracht-Fans von euch. Das ist eine Geschichte über den Holocaust, Eintracht und Frankfurt. Und die gibt es ab 27.01. auch natürlich im Fernsehen, und zwar im hr-Fernsehen. Aber wenn ihr da nicht so spät, weil ich glaube, da läuft die erst um 23 Uhr, so spät wach seid, könntet ihr euch einfach jederzeit in der ARD-Mediathek anschauen. Das ist eine wunderbare Doku. Ich habe schon mal reingeguckt. Bin, also muss ich sagen, persönlich sehr zufrieden mit dem, was ich da gesehen habe. Sony ist ja ein so sympathischer Zeitgenosse. Wir haben, glaube ich, auch schon mal über ihn gesprochen. Haben wir auch schon mal, ne? Ich glaube, wir haben auch schon mal, ja, wir hatten schon mal darüber gesprochen. Da war doch, glaube ich, irgendwas im Museum. Genau. Wo wir das Thema schon mal hatten. Genau, genau. Also insofern, also wirklich ein super sympathischer Kerl. Und Kerle sage ich jetzt so, ups, jetzt habe ich gerade Ton angemacht. So sage ich jetzt so lamidar. Ja, also Helmut Sonnenberg kann man sich auf jeden Fall angucken. Eine schöne Doku über eigentlich auch ein, wie soll ich sagen, Eintracht-Fan-Urgestein. Hat wirklich was zu erzählen. Ist auch am Holocaust-Gedenktag, an dem, das ist am 27. Und da passt diese Doku sehr genau. Kann man ein bisschen zuhören und sich Gedanken darüber machen, wie die Zeit war und alles dafür tun, dass es nicht nochmal in eine ähnliche Richtung geht. Ja. Also auf jeden Fall wichtiges Thema und klingt auch nach einer extrem spannenden Doku. Im Live-Fernsehen, wenn ich das richtig im Kopf habe, 23, 23, 30, irgendwie sowas um den Dreh. 23 Uhr, ich habe gerade nachgeguckt. Okay. Und dann aber auf jeden Fall in der Mediathek verfügbar. Also ich habe das schon ganz weit oben auf meiner Muss-ich-mir-anschauen-Liste. Wunderbar. Können wir dann nächste Woche vielleicht nochmal drüber sprechen, wenn wir es gesehen haben, was so unsere Eindrücke und Meinungen sind. Und dann hat der liebe Dennis noch einen kurzen Verbrauchertipp. Wir wollen das Thema jetzt nicht zu groß thematisieren, aber wir werden uns da auch, ich denke mal, übernächste Woche noch damit beschäftigen. Was für einen Verbrauchertipp hast du denn da, lieber Dennis? Ja, ihr habt sicherlich mitbekommen, ab 1.2. ändert sich wohl die Preisstruktur von Datsen. Das Abo wird erheblich teurer. Ich habe irgendwas von doppelt so teuer, also 30 Euro im Monat gelesen. 29,99. Also schaut, ab 1.2. gilt wohl diese neue Struktur. Das heißt, wenn ihr jetzt noch schnell ein Jahresabo abschließt, habt ihr zumindest als Bestandskunde noch ein bisschen vor diesem Gebührenwahnsinn Ruhe. Ja, deshalb so viel dazu. Schaut es euch mal an. vor dem 1.2. abschließen, dann könnt ihr vielleicht noch ein paar Euro sparen. Genau, und wir werden uns dann nächste Woche noch, glaube ich, mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, mit der Frage, was macht das überhaupt mit dem Fußballfan? Wie viel ist man da überhaupt noch bereit zu bezahlen? Und passt das alles noch ein bisschen zusammen? Das ist aber ein etwas größeres Thema. Und aufgrund der Couch-Anziehungskraft, was das dann doch ein kompliziertes Thema ist. Und ich glaube auch, dass es Sinn macht, dass wir da noch ein paar mehr Stimmen haben und vielleicht schaffen wir es nächste Woche hier noch, irgendwie den ein oder anderen mehr dabei zu haben. Wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir das einfach auf nächste Woche schieben. Ich finde es ganz spannend. Ich finde es ganz spannend, genau. Weil es ist auch ganz gut, auch diese mehreren Perspektiven zu haben. Und außerdem ist es ja auch so, dann haben wir das auch gut verteilt. Wir haben ja jetzt ein aktuelles Spiel gehabt, das haben wir nächste Woche nicht. Dann haben wir die Transfers, dann reden wir auf jeden Fall über der Zone, auch über die Unsinnigkeiten dieser Fußballzahlstruktur. Weil er überlegt mal, wie viel wir dann zahlen müssen, wenn wir alle Spiele der Eintritt verfolgen wollen. Ich glaube, ist doch ganz gut, über was wir nächste Woche dann sprechen. Genau. Und vielleicht, und das wollte ich gerade noch ergänzen, weil du das gerade auch so schön gesagt hast, mal noch so ein bisschen mehr Perspektiven drin zu haben, würde mich sehr brennend interessieren, was ist denn eure Meinung dazu und wo liegt denn vielleicht eure Schmerzgrenze da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer? Was seid ihr denn bereit, so im Monat an Fußball-Abos zu bezahlen, um die Spiele der Eintracht zu verfolgen? Lasst uns doch mal an eurer Meinung teilhaben, schickt uns eine E-Mail, schickt uns einen Tweet, schreibt uns auf Facebook, bei YouTube in die Kommentare. Ihr habt ja vielfältigste Möglichkeiten und sagt uns mal, was ist eure Schmerzgrenze, was seid ihr bereit zu bezahlen? Das fände ich mal einen ganz schönen Einblick für unsere Diskussion in der nächsten Woche. Wunderbar. Sehr cool. Und dann würde ich sagen, Mama, den Sack zu, ich habe nämlich keine Empfehlung, außer den, der genannten von Marvin, die hätte ich jetzt hier auch nochmal angebracht, von daher passt das wunderbar. Und damit entlassen wir euch in eine, ja, leicht fußballfreie Zeit. Genießt die Pause, vielleicht guckt ihr euch das ein oder andere hier Qualifikationsspiel an, die ja doch auf verschiedensten Sendern übertragen werden. Und ich glaube, in Frankreich wird auch gespielt am Wochenende, die spielen glaube ich Pokal, wenn ich das richtig so im Kopf habe. Also dann habt ihr ja in den Nachbarländern noch Fußball, den ihr gucken könnt und wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder und sprechen über Transfers, über Fußball, Abos und schauen auf den kommenden Gegner, den VfB Stuttgart. Bis dahin, macht's gut. Hey! 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 He×kana mal burn! Hey! Hey! He×kana mal burn! Outro Outro